so freunde alles ist gepostet wir sind am start ich hoffe ihr seid auch am start ich nehme ein wasser ganz wichtig aus flaschen ist gut für die nährstoffe das gibt vielleicht die motivation hier ein schluck auf euch wir reagieren hier heute auf die ein oder anderen alten videos also ich sage damit haben wir angefangen wir dachten damals ne wir wollten mit youtube durchstarten wir dachten wir haben so einen krassen kopf lass uns mal einfach ein youtube reinstecken ja und dann haben wir youtube ist geplant ein extrablatt ich weiß noch wie saß man mit macbook wir dachten vorher professionell ich dachte ich dachte wir kriegen gleich einen film wir treffen uns ich sage ich nehme ein macbook das alles auf dein gehirn ein ja 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 rede ja das ding ist alles auf eigene eier also wir hatten wirklich ich war der kameramann bei jordan sind jordan kameramann bei meines sind wir haben wirklich alles selber weil wir müssen meine szenen so du stehst da ich bin der kameramann 321 action krieg ich ein schluck von an energy ok jetzt bin ich dran 321 action ja klar oder kriegst du hat immer die hier die übernahme 321 action da ist ja bauli am stadt ja das läuft wieder freunde unser erstes youtube video ich würde sagen wir switchen mal rüber und sagt ehrlich wir sind crazy shit also wir waren das war unser erstes video simi und jordan ja 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 Freunde, let's go. Aber einmal musst du mir Applaus geben. Wer hat das Video geschnitten? Ja, Jordan. Also, wer hat das geschnitten? Freunde, alles auf unseren eigenen Kopf haben wir das gemacht. Alles, wir hatten nichts. Kein Kameramann, nichts. Jetzt haben wir immer noch nichts. Freunde, meine Damen und Herren. Aber ehrlich sein. 3, 2, 1. Hab ich geschnitten. Schau, du bist stolz, Papa, falls du das siehst. Sehr gut, Jordan. Wir haben ein Problem. Wir müssen starten. Wir gehen deep. Kann man hier die guten Dings machen? Gibt es hier keine... Cousin, wir haben mit Kartoffeln gefilmt. Der sagt, kann man Qualität hochmachen. Oder ich weiß doch, wir hatten die. Erzähl nicht, wir gucken weiter. Chef, das ist ein paar für uns. Wir regeln das. Ja, Chef. Aber ey, warte mal, ich hatte Bart. Stimmt, ne? Ich hatte schon ein bisschen Bart. Ey, Freunde, diese Polizeikostüme, die sind legendär. Die sind legendär. Die wird die vielleicht noch in anderen Videos sehen, ne? Ich will das. Boah, Bruder. Deutschland. Scheiße. So geklaut, ne? Bruder, siehst du? Wir sind ja im Gegenteil. Bruder, mach's immer hier. Wir sind mal leise, Mann. Bruder, wir sind auf Mission. Siehst du schon? Bruder, morgen sind die völlig in vielen Fällen. Aber ey, lass uns mal eine Pause machen, komm. Wir machen einen Stock, was ist die Morgen, komm. Aber wir waren auch schon sehr einfallsreich, ne? Bruder, suchst du schon mal aus. Ich muss noch was erledigen. Wir sehen uns. Da hab ich ne... Ach, die dürfen... Ja, ey, Freunde, ich will gar nicht zu viel verraten. Guckt selber. Ey, Jungs. Äh, wir sind hier... Warte, 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 warte. Schu, wir hatten natürlich auch die professionellsten Schauspieler am Start, ey. Guck mal bitte diese Schauspielerkünstler jetzt von Cemal. Ey, Jungs. Ey, Jungs, ich weiß, was abgeht. Kannst du hier wachsen, wenn ich fahre an euch was? Was ist hier? Wir haben uns Kollegen auch mal ein Auftrag von Verschaffung. Wir haben euch gerade beobachtet. Wir wissen, was ihr abhört. Ich verrate euch jetzt was. Ihr müsst ganz schnell weg hier. Ganz schnell. Weil sonst seid ihr morgen fällig. Ach so, danke, Pulsis. Bitte mal, die schucke Pupsis. Und jetzt erzähl zu, dass ihr Land gewinnt. Oder guckst du, was die Gruppen sind. Ey, kriegst du auch manchmal so diesen bisschen, diesen Fremdscharm. Danke, Ali, gerade auf Twitch-Folgen. Ihr seid die besten Freunde. Ja, das war aber wirklich eine geile Zeit, wenn ich darüber so überlege. Ja, eine geile Zeit. Der hat einfach Augen zu. Schau, der hat Augen zu. Der hat zwei Kapuzen übereinander und Airpods da drunter. Wo hast du seinen Satz gehört? Warte mal, guck mal seinen Satz an. Oh, wieder ein Follower, Babo. Bitte mal, die schucke Pupsis. Und jetzt erzähl zu, dass ihr Land gewinnt. Und die Musikkunden sind. Äh, sorry, Jungs. Aber den Tramonen dürft ihr nicht hier sein, weil sonst seid ihr fällig. Und jetzt haut schnell ab, haut schnell ab. Oh, diese Musik, ja. Oh, Bruder. Weißt du was, ich weiß noch. What the shit am Hüsten? Wir haben das ja geplant. Wir haben gesagt, ey, Slow-Mo-Aufnahmen wie im Filmen. Und guck mal, was dabei rauskam. Also warte mal, unsere Intention war, wir machen eine geile, kennt ihr so. Äh, von Bay, von so Baywatch, die laufen so Baywatch am Strand. So Frauen, schön, so dies, das, das. Diese Menschen, die auch im Wasser helfen, diese... Mein Frauen? Nein, die helfen da. Das ist so, die helfen da. Deutsche Rote Kreuz. Nein, wir haben einen bestimmten Namen. Ja, keine Ahnung, Alter. Baywatch, auf jeden Fall, die so laufen, so sexy. Wir wollten das nachmachen, guck mal, was bei uns passiert ist. Oh. Oh. Obstache, Joggyhose hat er an, ja. Guck mal, die Handschellen, Gold. Ey, Bruder, ich sehe hier gar keinen. Morgen kann das ja liegen. Ich glaube, die kommen gleich. Lass doch ein bisschen warten. Ja, lass mal noch ein bisschen warten, Kusai. Haben wir gemacht, Alter. Ey, Bruder, ich sehe hier gar keinen. Lass uns morgen nochmal wiederkommen. Ich hab eh noch was zu tun. Okay, Bruder, wenn was ist, wenn ihr siehst, sag dir Bescheid. Okay, Bruder, ich sag dir Bescheid. Jetzt fängt's an. Nicht das, ja. Ey, was haben wir da? Aber die Idee ist so beschissen, ja. Hauptsache, Musik ist lauter. Brauchst du was? Ja, willst du nicht den Polizist, von dem wir gestern gesprochen wurden? Ja, du bist der Polizist. Willst du jetzt was oder nicht? Ja, tamam, Bruder, sag, wir geben uns Zeit wirklich hin. Das macht 50 Euro. Oh, 50 Euro sind aber teuer, Bruder, ja. Machst du mir den Preis oder nicht? Und jetzt, ciao. Freunde, ey, selbstverständlich, wie hab ich die Kamera gehalten? Professionell. Ich check das Video gar nicht, wir hab irgendwas gesehen. Wir müssen mal in anderen Ecken gucken. Ich weiß, wo die sein könnten. Guten Tag, komm, lass uns los. Da ist schon wieder. Ich knall diese Slow-Mo-Aufnahmen an unsere Jogginghosen. Wir wollen auch Polizisten tun und eine Air Max-Jogginghose. Oh, Polizei. Goldene Handschellen. Freunde, phänomenal. Achtet nur auf die Story. Das hat wirklich von Anfang bis Ende einen Sinn. Deswegen achtet, wer da alles mitspielt, Freunde. Freunde, übrigens, danke an alle, die gerade auf Twitch folgen. Tut was für die Umwelt. Folgt uns. Wir sind fast 2000 Follower, ne? 2000, aber fast. Wenn hier alle mal rübergehen gehen auf Twitch, haben wir die 2000 voll? Ja, alles klar. Da kommen die Leute rein. A few seconds, man. A few seconds. Was heißt das? A few seconds. Vor ein paar Sekunden, glaube ich. Boah, die Folgen alle auf Twitch, Dinger. Ruf mal meinen Vater an, sag mal, ich bin ein Star, Alter. Die Aufnahme ist krass. Bruder, aber lauf dich, grömer. Hol dich aus, grömer. Lass dich laufen. Lass dich laufen. Okay, ich lauf dich auf, grömer. Lass dich auf, grömer. Lass dich auf, grömer. Lass dich auf, grömer. Bruder, warum weißt du, ob das hier sind? Bruder, ich hab davon geträumt. Und jetzt packen wir uns nicht. Wie oft musste ich was erledigen, ja? Was ist das für ein Filmfehler? Warte. Ja, ich bist doch vorn mal dabei. Ja, das... Woran liegt das? Woran liegt das? Woran liegt das? Was haben wir so... Was haben wir für einen Kopf gehabt, ja? Shit, aber du bist der, ja? Das ist bei der Planung schiefgelaufen. Aber trotzdem, ey, wir mussten gleich für dieses Video was sagen. Das ist mal weiterspielen. Schöp, wir haben ihn. Geh zum Schöp, mach hier zum Schöp. Wir sind die beiden, sind die beiden, das ist doch schön. Wir haben die gebracht, wir beide. Ich will das euch alleine schon. Ich hab mich bald schon erwartet. Hä? Wie kennt ihr uns den Namen? Hä? Weil die Preise sind doch viel zu teuer. Ich mach mein eigenes Geschäft auf. Wie du mein eigenes Geschäft auf? Wir müssen bauen. Die Straße gehört uns. Mach mal so, mach mal so. Boah, unser Hitchler war in meinem Hals drin, ja? Ey, ich find das voll geil, das Video. Freunde, einer schreibt ein bisschen lauter, sollen wir das lauten? Äh, das war voll zu laut, Stärke, schau. Ich versteh eine Sache nicht, ne? Du hast die Musik lauter noch an der Stimme. Ich hab das Video ja geschnitten. Wie kam ich auf die Idee, die Musik lauter als unsere Stimme zu machen? Das frag ich mich gerade auch, ja? Ja, also... Ja, 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 oh, oh. Sammy Jordan bringt ihn in die Zelle. Ja, Chef, wird gemacht. Soll du, komm mal mit der Endlis. Hier, da haben wir es, Chef, ne? So, gute Arbeit. Hä? Okay, das geht doch noch auf Alltags. Alltags. Oh, shit. Drei, zwei, ein, Action. Wie du machst dein eigenes Geschäft auf? Wer bist du? Strasse, gehört uns. Ich weiß das doch, das haben wir tausendmal gemacht. Strasch, aus. Strasch, aus. Strasch, aus, aus. Aus, ja, mach mal die Kamera auch das. Sag schon, wie sind die beiden, ne? Die Getrachter. Ah, ne? Ich weiß doch. Ey, Freunde, ich muss sagen, wenn man YouTube macht, das ist so eine geile Zeit, ne? Also, man nimmt wirklich Dinge, die man gar nicht mehr kriegt. Ich hab eine krasse Idee, die ist spontan am Kopf. Wir machen einmal mit ein paar Leuten, die hier immer im Stream aktiv sind, mal ein Comedy-Video. Ein Comedy-Skate mit Zuschauern. Und das posten wir dann? Bro, ich hab Masterpläne. Deswegen, ich hätte Filme schreiben sollen, ja? Luca, danke für den Follow. Leute, diese Videos haben mir einen Schaden gemacht. Danke an alle, die folgen. Ich küss eure Augen. Aber das ist wirklich so, ne? Das ist wirklich so. Freunde, wenn wir einen Satz machen, manchmal machen wir das 20 Mal. Ja, das unterschätzen viele Leute von diesen ganzen Comedy-Sketches. Ich sag euch, es gibt Tage, wir haben uns fast geboxt, wir haben einen Satz 100 Mal gemacht. Aber es gehört dazu. Freunde, wir sind fast 2000 Follower, Alter. Lass mich jetzt nicht nichts ausrasten, ihr Alter. Das ist wirklich ein Mensch. Sag mal, du kannst sagen, ich glaub kein Deutsch. Was? Was bin ich für ein awful Mensch? Hund. Der ist wirklich der geilste. 2, 1, 3. Wie du machst dein eigenes Geschäft? Wer bist du? Warum? Ich feuer das, ne? Ich klär seine Mütze, ja? Wir sind nicht am Deal. Oh, wir schießen, ne? Wir sind nicht am Deal. Warum lachst du? Du wolltest schon, dass wir Kunden sind? Hey Bruder, ich seh hier keinen. Ich muss sowieso noch mal los. Wir verschieben alles auf morgen. Ich dachte mir so, ich knall dein Leben. Du hast mich ja fast geschlagen, Alter. Guck mal, wie ich den angeguckt hab, ja? Ach so, ist das hier schon runtergefallen? Ich muss sowieso noch mal los. Guck mal jetzt, wenn es ein bisschen runterfällt. Ich verschieben alles auf morgen. Guck mal, nur auf einen Blick bitte. Ich denk mir so, ich knall eine Mütze, du Polizist. Hey Bruder, ich seh hier gar keinen. Das ist auch geil. Mach mal, man kann mal weg. Eins, zwei, drei. Ey Bruder, ich seh hier gar keinen. Ja, ja, ja. Es war gar kein Wind auf, ne? Ey, brauchst du was? Mach doch mal deine Musik aus. Die Outticks sind geil, das ist das Video. Ich hab den fast eingegeben, es war so kalt, ne? Pst! Äh, weißt du was? Mach doch mal einen! Ich feuer das! Geil, ey, Freund, das war das Video!